Alter Schwede Oh 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 Von 13 auf 18 auch Ach du Scheiße Man bekommt 5 Level Und 4 auf 12 Oh Gott Diese Neurotrainer Was ist geistig Was ist geistig Neurotrainer Das ist Wissenschaft oder Ja würde ich mal sagen Miyamoto Du bist ja hier Noch ein weiterer Jetzt habe ich noch 3 Tieren Neurotrainer Ne ich glaube die kann man nicht herstellen Das wäre ja auch total übertrieben Okay ich würde mal sagen Würde mal sagen Mutze Mutze wird Mr. Super Tiertrainer Mutze wird Tut mir leid dass ich jetzt Mutze alles lernen lassen muss Aber Mutze ist der der Eigentlich relativ schlechte Steps hat Weil er noch nicht so lange da ist So GG Tiere Stufe 17 Mutze muss erstmal nicht kochen So sieht es aus Den Jagen auch nicht Heilige Mama Neurotrainer Okay also ich verstehe jetzt Ich verstehe jetzt wirklich Warum Leute Hier irgendwie durch die ganze Welt Guck mal hier sind noch mehr Neurotrainer Geheimversteck 8 Tage Klar Ganz weiter forschen Klar Aber Moment 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 Stille Abschussgruppe Oh das ist ja voll übertrieben Die KIs haben ja nur 2 Kilo Soll ich euch zweimal wegschicken Ich schicke euch zwar jetzt mal weg Tut mir leid Aber ich muss euch zweimal kurz wegschicken Ähm 80 120 Guck mal an Wir machen mal 200 Nehmen wir mal mit Wir nehmen ein bisschen Bauteile mit Oh nein Stopp Stopp Ganz schlechte Idee Ganz schlechte Idee Ich kann euch zwei nicht wegschicken Ich kann euch zwei nicht wegschicken Aus einem ganz einfachen Grund Wenn ich ihn wegschicke Dann braucht ihr da vor Ort Einen Äh Dann bräuchtet ihr da vor Ort Einen 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 Ja so einen Schlafplatz Und es geht nicht Also Gehts nicht Ja also Schicke ich wieder Zyrtex und Johnny weg Bin's schon gewohnt Obwohl Wir warten mal ab Zyrtex hat jetzt eigentlich wie viel Nur noch leichte Schmerzen Aber verbessert bewegen Und verbessert sprechen Also zumindest Kai Ichip Der hat zumindest geholfen Tja jetzt ist Jetzt ist aber die Frage Sonneneruption Da ist sie wieder Sonnenfinstern ist Eine Sonneneruption gleichzeitig Hervorragend Genau so läuft das immer Tja wen schieß ich da Ist rauf Medizin Geistig Kochen Zweimal Kunst Das wäre jetzt eigentlich schon wichtig Das wäre jetzt eigentlich schon ziemlich cool Das wäre jetzt ziemlich cool Moment Äh Man sieht leider die Reichweite nicht Ne Oh was blödes Und pass mal auf Ich schicke drei Stück los Okay Wir müssen jetzt einfach mal Liegenden Köpfe machen Hier Johnny Busseline Euch schicke ich mit Nein Busseline nicht Ich wollte sagen Johnny und Zyrtex Was habt ihr für eine Waffe Was haben die für eine Waffe Zyrtex hat eine Orosan Und Johnny hat die hier Okay Das passt Ähm Ich muss mindestens Eine Suborbitalkamsel bauen Braucht 80 2 muss ich bauen 2 muss ich bauen 2 muss ich bauen Und da brauche ich einen Das heißt ich brauche 80 240 240 240 So So Zyrtex Johnny 20 Ähm Dazu 10 Bauteile Komm wir machen mal 15 Bauteile Wir brauchen mindestens 240 Stahl Und wir brauchen Medizin Wir brauchen noch Medizin Wo ist Medizin? Hallo? Die geladene Bauteile Wie geil Äh wo ist Kann ich das hier nicht sortieren? Nach Kategorie Hier Kräutermedizin Wir nehmen mal 15 Kräutermedizin Mit Stahl Denke Denke das müsste passen Ich habe Essen dabei Ich habe Bauteile dabei Ich habe Stahl dabei Treibstoff Richtig Treibstoff habe ich nicht Das war gar nicht Ah An Treibstoff habe ich natürlich Wieder nicht gedacht Äh gut Ich brauche eine Raffinerie Das ist mal auch Fakt Ähm Wie würde ich jetzt Da reinstellen? Das sieht zwar jetzt ein bisschen Komisch aus Aber Oder Wir stellen sie hier rein Das sieht noch viel komischer aus Komm Das heißt Ich habe übrigens wieder An den Schuh gedacht Äh Bier Stellen wir es hin Dazu den Stuhl So Gar heftig Dann müssen wir das jetzt ein bisschen Dann müssen wir das leider warten Äh Aber ich denke In den nächsten 8 Tagen Dürft man das noch schaffen Ein bisschen davon Ist jetzt eh Komplett Strom aus Ein Kolon ist untätig Kampfdobby Wie untätig Achso Richtig Kann er nichts machen Ist ja kein Strom da Müssen wir eh ein bisschen warten So Das bedeutet aber Im Klartext auch Wir können Hier mal Ein Stück weiter bauen Ein kleines Stückchen Zumindest So Wenn du voll bionisch bist In KI Bist du eigentlich mehr Roboter Und Dobby Ja Man isst und bleibt Dobby Hoch Hoch Grimbeld ist abgestürzt Shit happens Da kann Das ist höhere Macht Ist das Da kann niemand was dafür Was ist das noch Das ist der Geistige Der bekommt noch Nieer Motor Dann haben wir das nicht schon Ähm Ja Das Schöne Allerdings ist Ich hoffe Dass jetzt eben Kein Äh Keine Sonnenfinsternis kommt Und wir können Jetzt schon ein bisschen Vorbereitend reagieren Eine Güte Die muss ich auch noch Zubauen Wunder dass die da noch Nicht angerufen haben So Das Kirschen Du hast Keine Ahnung Du hast noch keine Kunst Oder du hast Kunst 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 So Eins Ja Frage ist Was machst du jetzt Wo gehst du hin Um Kunst Zu machen Oh Großhändler Äh Bevor du jetzt essen gehst Erstmal Großhändler Manitieren So Wildschwein Verkaufen Wo die drei Verkaufen Die gute Honey Sack Intier Kuh Wieder 26 Bauteile dabei Kann ich denn nicht An Großhändler Jetzt wieder Irgendein Zeugs Verkaufen Zum Beispiel meine Oh guck mal Medizin Medizin Oh boah Aber teurer Preis Deswegen mache ich das Erstmal nicht Guck mal Wir haben 1700 Cotton Fiber Ich brauche irgendjemand Der mal Stoff herstellt So Uran Uran Kokosnusshälften Stoffparker Kann weg Holz Können wir 200 Holz holen Weil wir eh nicht mehr so viel haben Granitisch Beta Polytable Wirst du mich verarschen Beta Polytable Speedskin Sud Oh Zwar schlecht Aber Speedskin Sud Da ist sie Da ist sie Speedskin Sud Speedskin Sud Speedskin Sud Speedskin Sud Wer möchte denn Die Speedskin Sud Wer möchte der neue Wilson werden Wer möchte der neue Wilson werden Für die Für die die Wilson nicht kennen Ich habe ein Tiberian Rim Let's Play mit Keine Ahnung 112 Folgen Und ich hatte in diesem Let's Play einen Typen Eher namens Wilson Der auch super Bionic war Und Wilson Hatte halt einfach Keine Ahnung Der hat dann einfach Die kompletten Berge Alleine abgebaut Weil er so schnell Ist Wenn du aber Wenn du die aber Bekommst Die Speedskin Sud Dann musst du Bergbau machen Speedskin Sud bekommt der Der Bergbau macht Und das wäre Eigentlich Diotex Eigentlich Diotex ist aber noch Nicht voll Aufgerüstet Eil Das mache ich jetzt Gleich als nächstes Rechtes Bein Zwei Arme Zwei Augen Künstliche Nase Zwei Augen Zwei Arme Zwei Ein künstliches Bein Zwei bionische Ohren Das kann man sonst Ja noch machen Ohr Augen Kiefer Haben wir schon Ich weiß Ihr könnt verbesserte Künstliche Dinge Auch noch machen Aber das machen wir später Das wäre jetzt Zu übertrieben Zumindest gleich Kommt die Sonneneruption Lass mir jetzt Strom Strom Feierabend Was doof ist Oder Einfach Aufgehängt Bin Weil Super Oma Ja wir haben hier Eine Super Oma Guck mal Die ist schon 88 Obwohl sie eigentlich Nur eine Durchschnitt Lebenserwartung Von 80 Hat Die Oma Geht einfach Vollab Die Super Oma Achso Geht nicht Weil der Tiefenbohr Okay Passt Passt Ist egal Hab ich versendet Kleidung Hey dass du Muss doch auch Nicht drum funktionieren Ja drum Hab ich schon Fünf Hosen hergestellt Komm ich mag Fünf Hosen T-Shirts Da ständig irgendwelche Leute Äh Genau da ist ein Sonnenpinster Und da ist ein Sonnensturm Ja sehr gut Wie immer So das heißt Hier wegmachen Und Wo ist die Speedskin Suit Biotex braucht die Speedskin Suit Wo ist sie denn Oder jemand anders Eine Oma ist voll bionisch Mit Speedskin Suit Ich weiß nicht Wo ist die Speedskin Suit Hört man eigentlich die Musik Gut Weil bei mir ist die Musik Total leise Immer die ganze Zeit Ich höre sie fast Fast gar nicht Hier und wieder Ja wenn Ducktales kommt Höre ich sie Wo ist denn die Speedskin Suit Jetzt Oh Was ist das Da ist er Wo ist die Speedskin Suit Speedskin Suit Wo bist du denn Außer die hat Schnee Angezogen Ja mir Motor hat es angezogen Guck mal an Sollst du es nicht anziehen Runter damit Du sollst nicht deine Hose ausziehen Ist deine Hose ausgezogen Nein Okay So Komponenten Ähm Die dauern schon ewig Aber ich kann jetzt Ja 10er Komponenten herstellen Das habe ich vorher Vorher nicht gemacht Und vorher nicht hergestellt Jetzt habe ich die Bauteile geändert Du hörst fast nie Musik Wahrscheinlich bin ich immer zu laut Also ich werde es jetzt mal Ein kleines ticken Ich weiß manche Leuten Ist dann immer ein bisschen zu laut Aber ich mache es ein kleines bisschen lauter So mehr mache ich es nicht Haben die Kleidung benötigt What Niemals So Zio-Tex Dann siehe da Das ist Zio-Tex Mit der Speedskin-Suit Ich meine Guckt ihn euch an Guckt ihn euch an Ich schalt es mal auf 3 Achtung Der kann verdammt Mal den ganzen Berge Alleine abbauen Stopp 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 Bevor er das jetzt macht Bevor er das jetzt macht Würde ich ganz gern Hier zugebaut haben Weil es eigentlich egal ist Komm Scheiß doch da Der Zio-Tex Der Zio-Tex Ja Das habe ich gesehen Heute mit Secret of Mana Oh mein Gott Habe ich mich gefreut Habe ich mich gefreut Als ich es gesehen habe Ich mag zwar diesen Grafikstil Nicht ganz Aber Secret of Mana In 3D Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin mega geheilt Echt Ich kann mich noch an den Kampf erinnern Gegen die Gegen diese komische Wand da Und Oh man Das in 3D Das ist super geil Oder Tantalus in 3D Meine Güte Meine Güte Mega Hype Oh man Es wird aber glaube ich auch auf PC So wie ich das So wie ich das gelesen habe Es wird wohl auch auf dem PC kommen Square hat wohl auch angekündigt Dass es auf dem PC kommen wird Und nachdem Square ja mittlerweile Alle Games Auf dem PC bringt Egal ob Final Fantasy Oder sonst was Ähm Glaube ich Äh Glaube ich definitiv Ähm Dass das hier auch der Fall sein wird Und Secret of Mana War tatsächlich das erste Spiel Das ich so lange gezockt habe Bis ich wirklich jeden Charakter Alles Auf 99 hatte Alles Das hatte ich so lange gezockt So lange gezockt Und ich habe es am Mittwoch schon gesagt Ja Dieses Rubin Die HD Meine Güte Oh man Das war so toll Das war so toll Ähm Ja Kannst du dann bekommen Klar Kein Stress Äh Ich muss aber jetzt gerade erst mal schauen Dass ich hier die Mauer zugriege Das wäre jetzt so meine erste Intention Äh Sobald die Mauer zu ist Muss ich hier Ein Lager erweitern Die Frage ist mir Wie mache ich das am blödsten Ich brauche ja auch Funkfeuer Und alles Ich lasse hier mal so einen kleinen Streifen übrig Fürs Erste Oh Mann Sieg auf Mana Ich muss weinen Ich muss weinen Sieg auf Mana ist mittlerweile Wenn ich die Wenn ich meine Original Cartage noch hätte Äh Würde ich dafür Mehr als 150 Euro bekommen Weil es einfach so Alter Schwede Weil es einfach so viel wert ist Gleich mal verteidigen Hier nochmal gegen die Unsagbare Allianz Der Mechaniken Maya und dir Ich habe nichts negatives gehört Bis jetzt Das hat auch nichts positives Zu bedeuten Der Rest sind wahrscheinlich wieder Genau Vier Raupen Wir warten in der Zwischenzeit Oh oh Maya Oh 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 Weg mit dir Weg mit dir Oh nein Oh nein Da siehst du gerade Wie es Maya und dir geht Oh oh Komm schon Ich habe meine Zwischenzeit hier stehen Oh je Verbrennung Inferno-Kanone Was ist denn Domi los? Der hat gar keine Waffe Der hat gar keine Waffe Komm her auf Das war eine dumme Idee Das war eine sehr dumme Idee Das war eine ganz ganz dumme Idee Ganz ganz dumme Idee Hier reinzulaufen Eieieieieiei So Ich muss erst mal wieder ein bisschen heilen Das war eine sehr ganz ganz dumme Idee War das meine Güte So Alle erst mal wieder heilen Ist irgendjemand schwer verletzt? Nein 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 Ist ok Naja Nein Nein Dobi Wurde in elf Stunden Ok Schlafen Äh Die Zukunft ist kaputt Äh Die Zukunft sind tatsächlich günstiger Als die äh Als die ganzen Spiele Das ist echt krass Das ist echt krass Das war vielleicht ein geiles Spiel Wie viele Stunden ich da in sie durch meine gesessen bin Ich will unsagbar coole Stunden Wenn das beschert hat Was ist denn hier los? Mitten im Berg rein? Bei Meier und Tier Ja Kann es mal schauen Ein gröbster Asche Vulkan Vulkanischer Winter ist vorbei Nach fast drei Saisonen Fast ein ganzes Jahr Grundgültiger Also Moment Schau mal nach Äh Fraktion Ich habe das ja gar nicht drin Schade Im Mod Äh Du Bist Mit Oh Maja ist dein Rivale Das war wohl nicht so gut Das war wohl nicht so gut Sie mit dir ins Zimmer zu stecken Ähm Würde ich mal sagen So dann hat sie das Experiment Maja schon wieder erledigt hier bei dir Meine Güte Meine Güte Ich pack euch mal lieber auseinander Irgendwie hat es nicht so ganz hingehauen Nicht ganz Meine Güte Was ist mit Ciotics los? What the fuck? Alle Blätten voll oder was? Kommt da angerannt Äh Äh Wo sind die ne? Bitte Nicht verletzt Achso der ist ja schon gehandelt Oh ok Was ist schon fix hier? Ok passt Und wieder Überfall Jetzt geht es wieder los Jetzt geht es wieder los mit dem Ganzen Es sieht so aus, dass sie Tunnel graben würden Ja und die graben natürlich jetzt Tunnel genau hier oben Ahhhhh Guckt jetzt mal wie viele es wieder sind Mit einem Doomsday Raketenwerfer Ok 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 Wo ist mein Doomsday Raketenwerfer? Irgendwo muss er doch jetzt sein Doomsday Raketenwerfer Wo bist du nur hin? Hier Ja das ist der Dreifer Hier ist der Und der Odeon Rocky Launcher war es richtig Das war gar kein Doomsday Und Großhändler haben wir auch Die können wir auch nochmal kontaktieren Vielleicht haben wir nochmal einen Spitzkensut Oh die greifen hier an? Ok Ich dachte die graben sich oben durch Gibt es aber sonst niemand in der Nähe Moment wir schauen jetzt erstmal So Bauteile relativ günstig Nur noch 1000 Silber Wo ist denn mein ganzes Silber hin? Wo ist denn bitte mein ganzes Silber hin? Die Spitzkensut war so teuer Das ist nochmal eine Spitzkensut Ich will nochmal eine haben I'm sorry Ich muss nochmal eine holen Zu viel ausgegeben Ich habe kein Silber mehr Mann Pass mal auf Dann verkaufe ich jetzt nochmal Ne Warte mal Minus Minus 761 Minus 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 Wir haben doch so viel, wir haben doch so viel Elefantenhaut. Komm, weg damit. Elefantenhaut, Ledercouch macht man nicht. Wieso kann ich denn, habe ich denn keine Tumbo? Ich habe doch irgendwo noch einen Elefantenstoß in der Tumbo, Hörner. Wieso kann ich denn die nicht verkaufen? Pass mal auf. Die greifen mich wieder hier an. Das sind solche Knallis. Das sind solche Knallis. Aber wenn ich denn jetzt hier mit dem Orion Rocket Launcher drauf schieße, dann ist jetzt hier gleich Schluss mit lustig. Pass mal auf. Hier ist die Range. Hier. Okay, ich gehe jetzt mal da rüber. Greift Caldwell an. Schieß doch. Schieß doch. Das war alles. Das war alles. War jetzt nicht so begeisternd. Also das haut mich jetzt irgendwie nicht so vom Hocker. Oh, so ein Mist. So ein Mist. Okay, nicht so schlimm. Da müsst ihr jetzt alle nochmal aufstehen. Das ist egal. Komm, go. Hey, auch. Alle nochmal aufstehen. Und für die ist JD, Johnny, Maya. Ne, Maya nicht. Hey, Ben, JD, Mutze, Dobby. Aufstehen. Und bitte hier runter. Dobby kriegt jetzt auch endlich mal eine Waffe. Haben eigentlich nicht wirklich rum. Wir haben ja noch eine OC. Ach so. Dobby kann ja nicht angreifen. Ich habe es ja ganz vergessen. Der Kampfdobby kann angreifen. Der braucht ja natürlich eine Waffe. Der braucht natürlich eine Waffe. Ansonsten alle erstmal runterlaufen. Nein, scheiße. Die greifen hier weiter an. Die greifen hier weiter an. Sollen sie doch. Sollen sie doch hier weiter angreifen. Nervigsten ist eigentlich, dass ich das wieder aufwollen muss. Das ist ja wirklich am nervigsten. Pass mal auf. Ich lasse hier mal offen. Und... Und... So... 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 What? Alter, Orion, was ist denn los mit dir? Alter, Schwede. Da flog ja wieder, der Orion Rocket Launcher. Äh, der Doomsday Rocket Launcher. Oh, Gott. Geh bitte ins Bett. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Der Seren, einfach rein. Voll Gas beim Orion Rocket Launcher. Volle Kanne. Ohne... 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 Murnen und Meckern. Einfach rein. Ben hat schon wieder keine Waffe. Mann! Und jetzt? Was machen sie jetzt? Es greift sie nicht mehr an. Was ist denn los? Johnny? So, jetzt bin ich angriff hier. Und? Wir greifen jetzt schon wieder an. Können vielleicht meine Oris alle mal drinbleiben? Im Heimatgebiet? Und ich ständig... Wirklich? War das jetzt der Auslöser, dass es jetzt außen rum geht? Wirklich? 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 Schuh wurde erschossen. Ach komm. Es muss doch möglich sein, dass ich mich gegen solche Angriffe komplett verteidigen kann und komplett schützen kann. Kann doch nicht sein. Was? Was? Ja, der Orion Nocturne schon war krass, ja, den habe ich nicht mehr gedacht. Und? Oh, wenn der da reingegangen wäre, was? Ja, Mercers sind halt einfach krasser Shit. Mercers sind halt einfach krasser Shit. Das Problem ist, die greifen halt einfach nicht an. Die trauen sich einfach nicht. Die trauen sich einfach nicht anzugreifen. Oh, gut, ist mir egal. Deswegen, ich mache jetzt hier erstmal die Shit da. Früher oder später. Bam. Na komm schon, na komm schon. Er soll doch hier drauf schießen und schießt ja irgendwo oben hin. Was ist denn das, was ich, was? Aber was haben wir denn da für Waffen? Und für krasses Zeugs. Der nächste bitte. Und wenn ich die jetzt alle so, alle so machen muss, das ist mir jetzt egal. Wenn die so doof sind, dass sie mich angreifen, reicht es ihnen jetzt endlich. Oh, vielen Dank. Wir fliehen, ja, vielen Dank. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, jetzt aber. Jetzt muss ich halt wieder alles aufbauen. Das ist eigentlich wirklich das Nervigste daran. Das Allernervigste. Muss ich echt sagen. So, der muss noch weg. Dann muss noch weg. Mal auf. Ich muss das, ich muss das, ich muss das, ich muss das überlegen, wie ich das jetzt am Blödsinn mache. Da ist noch Schiefer, da ist noch Schiefer. Ich weiß, da hat einer überlegt, aber wir haben eh schon so viele Kondisten. Deswegen macht das, macht das hier alles keinen Sinn. So, hier ist einer. Bald Medizin. Okay, Bald Medizin haben wir auch. Als nächstes Glitter World Medizin. Wie gut, dass ich eigentlich gesagt habe, ich möchte in die, ich möchte in die Ding gehen, in die Glitter Tech Welt jetzt, aber wirklich tun, wirklich nicht. Es gibt so viele andere Sachen, die wichtig sind. Zum Beispiel eine Mauer. Glitter Wall und so. Waffenhändler. Äh, abbekommen hat es eigentlich keiner. Doch, er hat eigentlich die Blums der Raketenwerfer abgekommen, oder? Also es war schon, ist ja Elrond wirklich, einen Orden hast du da verdient dafür. Einen Orden einfach mal. So, kann ich jetzt hier noch ein bisschen was verkaufen? Wenigstens. MP-Granaten. Bei Molotovs verkaufe ich. Stummgewehr, Präzisionsgewehr, behalte ich mal eins. Das ist gleich ein Schienenpistole, das Stummgewehr. Ist weg. Wir brauchen wieder Geld. Wir haben alles verkauft. Äh, alles aufgekauft, meine ich. So, wir haben alles aufgekauft. Als nächstes, ich muss jetzt hier mal mein Lager fertigstellen. Das hilft ja alles nichts. So, und zwar, dieses Lager ist hier. Das bedeutet, ich muss das andere mindestens auf gleicher Ebene hier bauen. So. Moment. Hierhin. So, hat es schon mal gesagt, dass es krank ist, was ich hier mache. Das ist Lager. Krank. Seriously, krank. So, so, so erst mal. Erste. Schau mal, wir müssen jetzt gegebenenfalls alles überdachen da drin. Gegebenenfalls. Aber zumindest haben wir dann wieder einigermaßen Platz. Stimmt. Richtig. 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 Bronfunkfeuer. Richtig. Sehr richtig. Oh, zack, zack. Sehr richtig. Gute Idee. Daran habe ich nicht mehr gedacht. So, was macht CO-Techs eigentlich? Oh, ich... Alter Schwede! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wie? Wie ging das halbwegs hin? Türen offen lassen. Vielleicht eine Idee. Ich weiß nicht. Eigentlich gibt es ja keinen Luftaustausch. Oh, oh. 300 Grad. Ich hoffe, das geht noch halbwegs in Ordnung hier. Sind alle nur halb verletzt. Ich weiß, ihr kriegt da alle Damage. Aber... Das muss ich jetzt machen. Weil, äh... Nee, nicht abbrennen lassen. Das geht nicht. Das Problem ist, da sind Holztüren drin. Da sind verdammte Holztüren drin. Und die Holztüren fangen mit Feuer. Und dann brennt hier alles. Ja? Und, äh... Also, Fakt ist... Wir brauchen Stahltüren. Wir brauchen Stahltüren. Und... Oh, shit, ey. Huh. 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 Verdammte Huh. Wow. Dann würde ich mal sagen, alle schön hinlegen. Ha! Und alle schön retten. Oh, Gott. Was zum Teufel? Wie ist denn das jetzt passiert? Okay, also Fakt ist, wir brauchen hier Stahltüren. Äh. Jesus Christ, ja, das hat mir jetzt gerade voll gewiped beinah. Der Stahl brennt auch aber nicht so gut. Gut, okay, ich kann zumindest noch Ding machen, Sandsteinblöcke oder, gut, dann mache ich Schieferblöcke hier irgendwie rein. Äh, das ist vielleicht die bessere Idee, aber ich meine, auch der Lüftungsdor, das brennt. Hau rein, Funky, bis zum nächsten Mal. Bis dahin habe ich auch wieder eine Funky-Katze. Äh, wir werden sehen. Dabei ist es nur ein Hitschlag, den sie gekriegt haben. Nur. Oh, Maya, wäre beinahe ausgegangen. Oh, schwere Krankheit. Mutze. Mutze liegt immer noch rum. Schlag extrem. Was hilft denn denn keiner? Heilige Mama, heilige Mama. So, jetzt ist es aber mal gut. Ich kriege hoffentlich jetzt keinen, keinen Angriff. Warum wäre Stahl denn echt schneller? Weil, äh, Stahl Hitze besser leitet. Weil Stahl zusammenschmoren würde und wahrscheinlich keiner mehr die Tür aufkriegen würde. Aber ja, ich mache Steintüren. Das ist eine relativ gute Idee eigentlich. Das macht auch Sinn, definitiv. Und der Pesie. Vielen Dank für den Follow. Keine Güte. Der Blasstahlboden. Bist du des Wahnsinns? Bist du des Wahnsinns, oder? Mutze ist an Wundinfektionen erkrankt. Wirklich? Wegen dem bisschen Brennen hier. Wegen dem bisschen Brennen. Ich muss mich so anstellen. Ich hoffe, dass Ben alle mal versorgt. Jetzt gerade. Ich hoffe, dass das alles zeitig noch hinzukriegen ist. Aber ich denke, jetzt wird davon keiner sterben. Nee, es ist nur Verbrennung in Anführungszeichen. Ähm. Ja. Yamoto geht gleich wieder weiter. Äh, ich brauche wieder Waffen. Die müssen sich wieder mit Waffen ausrüsten. Johnny. Hat die Waffe noch behalten? Er auch. Ben und JD auch. Mutze hat natürlich die Waffe jetzt auf einmal hingeworfen. Das ist okay. Kampf-Tobi auch. Tobi hat auch eine Wundeninfektion. Na toll. Er sollte sich Wuseline auch mal hinlegen. Oder auch nicht. Und Gütiger. So kann das passieren, ja? Wenn man nicht, äh, wenn man das... Katze, 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 Katze. Katze, Juno! Two tanks! Go! Da rennt er los! Wundeninfektion, Kampf-Tobi. Ja, ja, ja. Immer mit der Ruhe. Immer alles hin. What? So, Vorratskapsel haben wir noch. Mit leckeren Mahlzeiten. Okay. Da müssen die Leute halt mit der Wundinfektion leider hier liegen bleiben. Dobby auch erstmal hier liegen bleiben. Die Kampf-Dobby kriegt den Platz von Hay dann. Hilft nix. Hilft nix. Habe ich die Wartezimmernischen zugeteilt? Ne, habe ich noch nicht gemacht. Boah, mache ich in der nächsten Folge. Tut mir leid. Mache ich in der nächsten Folge. Das mache ich jetzt nicht mal heute. Das tut mir zu viel Nerv. Ich denke sowieso, dass ich es dann langsam, aber sicher packen werde. Wie immer zum Ende der Folge wären wir fast hops gegangen. Mal mit so einem Mist. So was Blödes aber auch. So was Blödes. So, Reiß, Reiß, Teufelskarn. Alle anderen sind halbwegs fit, oder? Geotex. Jetzt war der Nutist. Nö, Geotex braucht auch wieder was zum Anziehen. Ich kann eigentlich gleich mal immer permanent sagen, dass wir mindestens vier Hosen und mindestens vier T-Shirts auf Lager haben müssen. Weil ständig irgendwas kaputt geht. Also, Wuseline hat keine Infektion, ist behandelt. Der Torms hat keine. Der Heye hat auch keine. Ja, die Katze habe ich ja gerettet. Bin ja gerade dabei. Wo ist ja denn der Zyrtex? Juna. Juna schließt sich meine Gruppe an. Ja. Nachdem wir, nachdem wir Fankia verloren hatten. Nachdem wir Fankia, das muss ich jetzt leider tun. Nachdem wir Fankia verloren haben. Juna, Fankia, Hebert. Es sei denn, jemand anderes, der noch da ist, möchte noch seinen Namen verteilen. So, Fankia. Wie sieht es zwischen Musi nieder aus? Schau ich gleich, schau ich gleich. So, Fankia. Du hast schon einen. Du bist schon Kampf, Dobi. So, Kochen. Sozial. Aufseher. Tierpflege. Oh, Musi macht Tier. Das habe ich auch vergessen. Jäger. Neun. Super cool. Super cool. Okay, wie viel haben wir denn jetzt wieder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, zwölf. Das sind fünfzehn Katzen. Fünfzehn Katzen. Zukura fehlt er auch noch. Oh, sorry. Ich habe ihn auch ganz vergessen. Oh. Wir machen das alles noch. Wir machen das alles noch. So, Zone, Lagerzone. Chaka. Chaka. Ich mache jetzt hier einfach mal nochmal eine Wand hin, weil ich Angst habe, dass mir das ganze Ding auf den Kopf fällt. Deswegen mache ich jetzt einfach mal so eine Wand noch hin. Dann müssen wir das hier nochmal abreißen. Das hier zumindest. Das müssen wir noch ein bisschen glätten dann beim nächsten Mal. Damit ich das gleich richtig vorgearbeitet habe. Und ja. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich war heute leider, muss sagen, leider nicht so gut drauf. Es war dann die zweite Hälfte, so ab 22, fast 23 Uhr ging es dann besser. Man ist halt leider nicht jeden Tag gleich gut drauf. Es war eine anstrengende Woche. Ich schaue, dass ich nächste Woche immer ein bisschen fitter wieder bin. Ansonsten hat es mir wieder, wie immer, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wir machen hier definitiv weiter. Ja, ich wollte eigentlich auch hier Glitter World machen, aber wir kommen halt einfach nicht dazu. Ja, wir kommen, es ist halt einfach immer irgendwas anderes. Und ja. In diesem Sinne sage ich Dankeschön. Und bis bald. Gute Nacht. Haut rein. Ciao, ciao.